Jolo Pantolo und was gerade? Endlich. Ich habe jetzt gefühlt nach zwei Stunden Zeit im letzten Fall gespielt. Da sind wir beide auch gleichzeitig vorgeladen. Jetzt habe ich sie. Ich habe gar nicht die 5000 HP gegeben. 5000 HP, zack, ich würde mal sagen, mindestens 10.000 Leben, das Gewicht natürlich auch in welchem Bereich der Nachkampfschalung kannst du bleiben, Ausdauer natürlich. Noch ein bisschen Leben. 20.000, würde ich sagen. Und noch weiter im Gewicht. Hey, Ausdauer. Ausdauer ist bei ihm und der Ember Vibe ist leider geschaut. Wow. Der Crystal Vibe ist auch geil, denn, ihr seht mal, das ist ein Ding. Wow. Ja, der ist auch ziemlich schnell. Da ist ein Tropical Crystal Vibe. Und das ist ihm auch da ge... Da. Was ist der Hölle ist das? Weg da, schnell aber. Schnell wie noch geht. Was ist der Hölle ist das? Was ist der Hölle ist das? Was ist der Hölle ist? Was ist der Hölle ist? 3 in 5 ich will noch was zählen Speiner ich bin ein Speiner, why not, denn ich hab sogar einen Speiner-Sattel dort im Drop bekommen er geht's er geht an was er denn hatte komisch ich darf den da hier nicht verletzen, ich will den ziehen ich geh einfach runter ich bin voll nicht mein Krayt, wenn ich tschüss, ne, ne ah, der hier kommt auch noch nein, why not nein, why not why we back weg, da war so schnell ja, der ist 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 der der bei da du 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 Ich will wieder warte kurz mit mir. Ich muss kurz 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 auf das Gas nehmen, kurz kurz. Ich will wieder warte kurz auf das Gas. Ich werde es noch mit mir geschlagen, nicht wahr? Ich werde es noch mit mir im Video herausfinden. Ich werde es noch mit mir finden. Ich werde es noch mit mir machen. Wann ich meine, ich werde es noch mit mir machen? Ich hab noch was anderes zu sehen, ich hab das gebringter... Ah, Morella topsy. Die noch, jetzt hab ich. Oh, das ist ein Problem. Ich hab ihn. Das ist ein Problem. Ja, ist das passiert? Das ist ein tiefer Schlang, ich kassiert jetzt gerade. Was ist die Scheiße? Was ist das? Ja, ça hat alles. Was ist das? Das ist das, was ich anfangen? Dass du zuerst machst. Was ist das? Oh, nein. Ja, was es nicht so? Oh, das ist... Rastorn. Es ist er nicht so schwer. Was ist das? Was ist das, dass die BASIKEN? Ja, was ist das? Was ist die BASIKEN? Ich bin nicht so schwer. Ich bin nicht so schwer. Ich bin nicht so schwer. He's not. Ich hab doch bestimmt eigentlich nicht, warum ich das Känguru will. Das kann Eisen tragen wie sonst. Und ein Schwein auch. Wo ist es? Da. Ich bekomme doch Schaden! Grin! Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin recht. Endlich! Was ist der? Okay, jetzt muss ich ganz kurz schauen. Prozoptodon. Mag der Fleischladen? Mag Beeren? Mag... Ich hab grad keinen... Aber ich hab noch einen Kibbelkit. Vielleicht kann ich das mal rausbringen. Prozoptodon. Prozoptodon. Prozoptodon hier. Rare Mushrooms sogar. Wow! Das ist ein Maruka. Das weiß ich nicht. Schauen wir mal. Oh! 200! Also jetzt. Erstmal. Prozoptodon. Shaddle. Leder. Leder. Metall. Pelz. Oh Gott. Danke, warte. Ich schlafen sie kurz. So, ich will kurz Materialien. Hab ich kein Standbild? Geistgleich. Geistgleich. Am Standbild. Naja. Das sollte bald wegschauen. Dann hab ich nen Sattel. Geistgleich. Ich hab mich nenntagladen. Hoffentlich. Was ist das jetzt? Hm. Geistgleich. Stand toy weg. Okay. Stand toy weg. Stand-den. Ah man, ich find house nix p. Hätte ich mal den Velonus auch nicht gegeben, dass der nicht von diesem Abschnitt kommt. Im nächsten Part gehen wir dann nochmal an die Dino-Koius aus Valguero holen. Okay. Das man darf nicht auf Bewegungsgefeindlichkeit gehen, sondern auf Rambonistik. Ich glaube, das ist schnell genug. Das ist auch noch ein bisschen höher. Fakt ca. 5.000. Ein bisschen mehr Leben. Gewicht natürlich hochkoschen auf 2.000. Noch ein bisschen mehr Leben. Und noch ein bisschen, das passt auch. Und noch ein bisschen mehr Leben. Und noch ein bisschen mehr Leben. Okay, jetzt ist es... Kryo, wenn ich jetzt einfach Krypox versuche. So ein Dür hier kommt, der Suntor. jetzt gehen wir endlich nach hause und wir haben zwei neuen team war ein wildes abenteuer, brauch ich nicht um, brauch ich nicht wirklich mehr von nochmal aufgaben wir wieder zusammen und wir sind hier in способ Zeit, dass ich gerade zur FK musste, muss ich auch mal machen. So. Ist da ein Teil? Der Drop, nee. So. Ist da ein Teil? So. Und zwei. Und das war dann meine Mutter. So. Fun fact. Das sind normale Crystal Vibes. Es gibt auch Tropic Crystal Vibes. Hier. So, Hares. Das ist der Amber Crystal Dings da. Da vorne. Da. Leute, es hat kein Wunder, dass ich hier nicht sehen konnte. Der ist unzählbar. Der Haar. Das war's dann halt dann auch so mit der Schwalbe gleich. Wo ist meine Base da? Da war jemand und kommt jetzt meine Base. Der Agentur, ich kommt jetzt dann da rein. Nee, nee, nee. Lena. Der Mann ist die Vorstellung auf dem Knoll. Sie haben eine Bekleidung. Das war's dann. He wurde in der Zweck. Ruhige. Ich habe das. Dann bin ich meine Vorstellung. Ich habe nicht alles getan. Ich habe keine Vorstellung. Wo hab ich... hier in dem Futtertruck hab ich es gezeigt, ich glaube nicht. Ich muss den Ball schieben. Das war immer was geiler als das Ding. Hallo? Schöne Ballanten. Die haben schon ein Stück Tietzeis hinterher, bis ich perfekt gefahren komme, weil die... Ja, wie komm ich jetzt hier rüber? Hier hat er aber doch einen Schönen! Das ist halt besser, wie der Blitz mit dem Flügel, ich glaube nicht. Ah, don't think this is a work! Aaaaaaaahhhh Ah! Komm! Komm! Braucht er jetzt eine Sondereinladung aber dann kommt er eben nicht da wo? Hä? Hallo! So... ...kolleg? Naja, warte, jetzt muss ich, glaub ich, ein Pro-Gamer-Move... Wie lehle ich ein Pro-Gamer-Move? Jetzt kann ich nicht mehr Lampen auf... Pro-Gamer hat Probleme mit dem Lampen... Nee, jetzt geht doch hoch... Alter, jetzt mach's mir nicht schwer... So, jetzt, ich hab' mal was jetzt machen... Wir sind nur das versucht zu machen... Das kann jetzt miserabel schlicht werden... Das ist jetzt nicht optimal... Aber ich glaub, der Junge lebt noch, weil es kein... Benachrichtigung gekommen und dann versuche ich jetzt die Mühe da zu holen... Ich hab' mal was, ich hab' mal was, ich hab' mal was, ich hab' mal was... Ich hab' mal was, ich hab' mal was... Nein... Doch... Okay... Du darfst, du lebst... Oh... Äh, warte... Warum mach' ich's immer auf die Schwierigkeiten und nicht auf die Sicher... Ich hab' mal was... Ich hab' mal was, ich hab' mit ihm geholfen... Ich hab' mich... Ich hab' einen... Ich hab' einen... Ich hab' einen... Ein paar Sekunden... Du kommst hier? Du kommst hier? Du kommst hier? I'm a like pro game. I'm a game. I'm a game. I'm a game. I'm kidding. Ich bin mega scheiße. Ich bin nicht so der Pro, aber ich bin schon gut. Oh god, ich weiß nicht. Oh god, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Okay, jetzt hoch da. Oh. What the? Ja, ich dachte, dass du siehst. Ja, das ist ja geil. Jetzt landen wir hier. Ey, der fliegt da drüben, geil. Ich sag nur so, landen wir drüber. Das ist nicht gut, ich brauche irgendeine Landeplattform oder so. Da. Da, jetzt geh runter. Das ist mir egal, der landet jetzt da. Ne, landet doch da, wie ich dir sag. Ne, landet doch da, wie ich dir sag. Und du, du landest da jetzt zum Teufel noch einmal. Ich schwöre, du landest. War das jetzt so schweig zu landen? Das ist alles geschmolzen, ja. Das auch noch direkt mitnehmen, dann habe ich schon mal eine Flinte oder so, da. Ist alles schon gedenkt und meine Mutter muss wieder Geräusche machen. So, da hat sich das auch schon gerade geklärt. So. Da ist mich drauf, Oleg. Benedikt, Benzin und Strom. Das jetzt... Das jetzt eher nicht so gut, finde ich, ne. Ja. Ja. Okay, jetzt brauche ich noch kurz mit dem Zoll. Da dabei.